Heute ist ein historischer Tag. Man wird sich an ihn erinnern. Doch in vielen Jahren werden die Jungen voller Neugier fragen, was an diesem Tag war. Das ist ein historischer Tag und Sie haben daran Anteil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und alles, was einen daran hindert, weil es im Weg steht, das muss man zerstören. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020